Ähm, wie mach ich das doch jetzt? Was ist jetzt gewesen? Da hat etwas gestanden. Ich kann es nicht können lesen, was das steht. Warte, ich mach das jetzt mal so. Ich, 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 ich stelle mich da hin, dass es nicht runterfällt. Oh! Sorry. Oh mein Gott. So langsam. So. Oleg. Seht ihr das? Oh, Herrgott. Oh, meine Güte. Sag mal. Ey, jetzt mal ehrlich, ne? Jetzt mal ganz im Ernst. Ich bin fassungs- und sprachlos. Und das soll ja schon mal was heiße. Wo kriegt man die tolle Blöcke da her? Wie täuscht das hier? Wow. Ich muss das aus dem Bild lehren, weil hier ist gar kein Platz mehr. Oh, wow. Ey. Ich könnte flennen. Ohne Witz. Ich könnte losheulen wie ein kleines Kind, ne? Und gucke euch das jetzt mal an. Halbperle in dunklem, zum Schokobraun ist das. Schokobraun. Ich schalte das doch im Kopf nicht aus. Ich könnte brüllen. Ich könnte schreien und ich könnte tanzen, ne? Und ich könnte hier mich nochmal schwarzeiern, dass meine Ecke aussieht wie eine Pottsau. Und ich tatsächlich nachher alles nochmal in den Karton machen muss. Und dann hier erst aufräumen und dann schön, schön an geordnete Plätze lege, wo ich es auch dann sehe, was ich benutze. Um zu benutzen, meine ich jetzt. Guckt euch das mal an. Guckt euch das da mal an. Also, ich schalte das hier im Kopf nicht aus. Ich bin, ich muss euch ganz ehrlich sagen, das Päckchen dort, das kommt eigentlich wie gerufen, ne? Ich war eigentlich so aus meiner Welt, aus meiner Bastelwelt so rausgerissen. Dadurch, wie gesagt, wenn, sage ich jetzt mal, sonst immer nur so ein paar Stunden Putzenwurst, ne? Und jetzt, sage ich jetzt mal, den ganzen Tag geht. Und dann nimm mir in dem Gewohnte, in dem Gebastelte, den, du kannst, weißt du, so. Und das hat mir so gefehlt. Opsa, sorry. Mich über die Sache so freue. Ne, ich bin zwar mal noch, oh, nee, nee, was ist denn das da? Was ist denn das da? Das ist, also jetzt mal meldi ernsthaft, ne? Was hast denn du da für einen Haufen Geld ausgehend? Das ist ja jetzt auch schon nochmal Stanzschablon. Jetzt willst du mal ja nicht sagen, dass die Bett hier nicht gepasst hat. Guckt euch das mal an. Da kannst du so geiler Kuchen basteln. Ich schalte das doch im Kopf nicht aus. Guckt euch das mal so an, wie toll. Äh. Das ist jetzt nicht, und guck mal, die Stempel, das sind Stempel. Guck mal. Oh, wie toll. Wo kriegt man dann so Sachen her? Guckt mal, wie sie in der Badewanne huckt. Oh, mein Gott, wie toll. Guckt euch das mal an. Oh, ey, sag mal wirklich, ne? Jedes Teil, das du mir hier geschenkt hast, ne? Ist schöner wie das andere. Und alles passt. Passt absolut, ne? Es gibt nichts. Mir kommen mir andere die Tränen in die Augen, ne? Weil ich mich so abartig freue, ich kann's gar nicht ausdrücken. Ich kann's überhaupt nicht ausdrücken, wie wahnsinnig ich mich freue. Äh, das ist eine Katastrophe, das doch. Hoppa. Ich muss ja ganz langsam machen, weil ich krieg's noch gar nicht aus der Packung raus. Oh, guckt euch das mal mal an. Jetzt guckt euch das mal mal an. Das ist ja der Oberhammer, oder? Das ist ja der Oberhammer. Ja, kann man, ne? Wie soll's auch anders da sind, ne? Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Guckt mal, wie toll die Schmetterlinge da sind. Oh, ich lecke mich an, Wacke. Wow. 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 Oh. Wow. Guckt euch das mal an. Das ist das Grün, das ich meine. Was sieht ihr das? Das Lindgrün heißt das, klar. Oder heißt das Apfelgrün. Lind oder Apfel. Guckt euch das Grün an. Oh, das ist so schade, dass ihr das nicht seht. Warte, ich versuch mal, das mit der Lamp da. Wenn das meistens mal äußert. Seht mal zu. So, guckt. Ich mache es nicht, glaube ich, nochmal aus. Das ist nicht so schön, oder? Also ich meine, so ist besser, oder? Also, aber jetzt habt ihr die Farben auch genau gesehen, ne? Denke ich mal. Das Video gucke ich mal nämlich nachher, nimm ihr an. Das wird sofort hochgeladen, weil das gibt es halt nur immer, ne? Das ist ja spontanes Video, das ich mache. Und jede Emotion und jede dumme Gespräch und jede Panne wird halt dann mit aufgezeichnet. Und das tut mir dann schrecklich leid, ne? Aber ihr müsst das dann aushalten, ne? Das tut mal leid. Wie der Saarlena so sagt, ne? Guckt euch das so an. Das gibt's doch gar nicht. Wie schön diese, diese, ähm... Das sind Stanzteile übrigens. Ich weiß nicht, das habe ich schon gesagt. Das sind, äh, Stanzteile. Wow. Wow, wow, wow. Ich kann hier bekloppt. Ich halte da so den Kopf nicht aus. Wie geht's dann weiter, ne? Guckt euch das mal an. Ach. Stanz, äh, Stanz, äh, Teilscher. Stanzblume. Hier, das sind, wie viele Bogen? Das sind mehrere Bogen, ne? Das sind schon ein paar. Ich denke mal so. Fünf, ne? Oh, sorry. Oh mein Gott. Ich habe eben Hanisch, ähm... Wie gesagt, ich mache ja die Diät, ne? Eigentlich. Ich bin ja schon gicht da. Genötigt wurde Kuchen zu essen, ne? Nee, mich hat keiner genötigt. Aber der Kuchen war da und er hat so gut gerocht. Er hat aus der Küche bis ins Büro gerocht. Was hätte ich denn da machen sollen? Da kann ich mich doch nicht zurückhalten. Da muss ich doch den Kuchenrenn stoppen. Das geht ja gar nichts anderes, da. Nur mal, dass ich mich mal gerade erkläre, ne? In welchen Gefahrensituationen ich mich begegne. Und eigentlich durfte ich ja auch keine Kartoffeln essen. Aber ich hatte heute so eine Lust. Da habe ich mir Bratkartoffeln und Hühnerfleisch gemacht. Eigentlich wollte ich Spiegeleier dabei machen, aber dann ist mir aufgefallen, dass ich vergessen, Eier zu kaufen und ich ja mal früh zum Frühstück noch Eier, also muss. Na, das ist ja bei mir ein Muss. Ich gehe gar nicht an der Start. Ach, sind die doppelseitig? Ja, Herrgott. Da schlage ich euch noch eine ganz tolle Seite. Gucken wir mal. Also in der Kamera sieht es rosa aus. Das ist nicht rosa. Also das ist normal, hell und so goldfarben. Das sind dann 30x30 Papiere, ne? Wie Hammer hat. Wie Hammer schön. Oh, guckt mal. Oh, das sieht man wahrscheinlich. Komm, ich mache mal nur die Funzel da kurz an. Na, so sieht man das echt recht nicht, ne? Guckt mal. Ganz zart. So ganz zart. Boah, meine Tochter hat schon mal Parfüm gesprüht, Oleg. Guckt mal. Ey, was ist das doch? Ein wahnsinniges Papier. Ich schaue das doch im Kopf nicht aus. Oh, das ist so schön. Ich glaube, oh mein Gott. So, das ist so. Das sind so Noten, ne? Oh, Klavier. Wie toll. Oh, oh. Ey, wo kriegt man das doch Papier? Also, das Papier mit der Blüben, ja. Das ganz Pastellische. Oh, Gott im Himmel. Guckt euch das mal an. Warte, ich setze mich nochmal, dann seht ihr das, glaube ich, besser. Dann halte ich es nicht so nah vor die Kamera. Guckt euch das mal an. Ich muss das da hinten hinschmeißen, älter. Hier ist es Gott im Himmel. Jetzt ist es Gott im Himmel. Guckt euch das doch mal an. Donuts. Da waren wir immer im Warner Movie Park, ne? In Badrop-Kerschellen, ne? Ist ja Badrop-Kerschellen, ne? Ich kenne mich ja nicht so gut aus. Oh, guck mal, das ist auch so toll. Guckt mal. Oh, das ist auch so toll für Gorgeous. Oh, Herrgott. Ähm, da waren wir dort gewähnt. Und dann hattet... Oh. So, ähm... Donuts-Ringe zu Kissen, woher da zu gewinnen gehen. Meint ihr etwa? Da haben kleine Kinder... Ich schätze, sie muss sie oder acht, ne? Der Heiko hat geworfen und hat nix getroffen. Und die Kinder haben die Hände voll gehabt mit den... mit den Donuts-Ringe. Die waren so richtig riesig groß. Heller Wahnsinn, ne? Die wollte die Chantahara sogar noch seinem Kollege 50 Euro gönnen. Und denen losgeschickt, dass er und der andere Kollege, äh, acht noch werfen. Damit ich so, äh, Donut, äh, bekomme. Aber leider... Hat's nicht funktioniert. Ja, gut. Man hätt nach keine vor 25 Euro in dem komischen Shop dort kaufen, ne? Boah, hat er mehr gekostet. Ey, guckt euch das Papier doch mal an. Seht ihr dat? Seht ihr dat? Hier müsst ihr mir mal Antworten geben. Ich sitze hier jetzt mal nochmal ausnahmsweise. Oh Gott, gleich rumsitieren. Ich seh schon. Hab ich rumgedreht, ne, ne? Ah, dat war nur eine Zeit, Gott sei Dank. Muss ich mich nicht entscheiden. Bin ich grad belästigt mit irgendwelchen seltsamen Nachrichten, ey? So. Oh, guckt mal. Das Simonsi ist das nicht gewesen, weil das Simonsi weiß ja, dass ich ein Video mache. Guckt mal. Guckt mal, wie toll. Wie schön, oder? Wie toll. Ich mitte mal jetzt, wo du das ganze Papier doch her hast. Wie wahnsinnig schön, ey. Wie wahnsinnig schön, ey. Ich kenn hier bekloppt. Guckt euch das mal an. Melli ohne Witz jetzt, ne? Ich weiß gar nicht, was ich saß soll noch, ne? Ich bin... Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Ach, nur eine Zeit. So. Der Heiko, der nervt, der tut mich ablenken mit seiner Musikkuhin, der unten in der Garage macht. Ja, ich... Bis... Bis hier oben hin. Und dann spiel da mal die Lieder, die mir gut gefällt, was? Oder der lenkt mich total ab. Toll, oder? Rom. Wow. Wow. Guckt mal, wie schön. Guckt euch das mal an. Ui, da kommt alles geflohen. Warte, das sieht ja noch mal nicht, ne? Warte mal, ich muss mich noch mal stellen, dass ich siehne. Warte mal. Guckt euch das mal an. Ich muss drehen, dass ihr seht. Guckt euch das an. Ach, auch noch zwei Seiten, du liebe Gott. Und was für eine Farbe. Was für Farb. Die Farb da, ne? Die ist so rausstechend, ne? Als wär's 3D. Ohne Schatze, jetzt, ne? Das kommt leider in dem Bild gar nicht so gut zur Geltung, ne? Das sieht aus, als wär's 3D. Ich muss nachher einen Horrorfilm gucken. Ich muss nachher einen Horrorfilm gucken. Ehrlich. Das macht mich alles... Guckt euch das mal an. Wow, ey. Ach, Nummer zwei Seite. Wo hast du das Papier her? Keine Ahnung, wo man so tolle Papier herkriegt. Wie gesagt, bunt ist normal, so nett. Ne? Also, dass ich jetzt sagen, wow, ne? Bunt, ey, aber da ist außergewöhnlich, ne? Ja, das ist einfach... Hoppa, hab ich ja schon mal angerempelt. Ich hab mich nämlich mal hingeguckt. Ich drehe das, dann seht ihr es besser. Ich hab nämlich gar keinen Platz mehr jetzt. Guckt euch das da mal an. Was, ein wahnsinnig schönes Papier. Oh, guckt mal. Guckt euch das da mal an. Wow, oder? Absoluter, absoluter Overhammer. Overhammer. Guckt mal, Weihnachten. Kannst du ausschneiden. Ich drehe es, dass das seht. Oh, ne. Oh, einseitig. Gott sei Dank. Scrapberries. Das ist das, ich glaube, das ist das erste Papier, wo ich von Scrapberries bewusst, ne? Bewusst jetzt, ne? Kann natürlich sein, dass das irgendwo, wenn Blanche dazwischen war, das, aber ne, ich glaube eher nicht, ne? Also bewusst das erste... Mensch, das Kinder... Warte, ich muss mich noch mal stellen, ich ziehe das doch nicht. Ich kriege das so nicht hin. Guckt euch das mal an. Ach, nur einseitig. Gott sei Dank. Oh, leck, wie das da aussieht, ne? Seht ihr das? Das sieht aus, als wäre... Ähm... Ach, ne? Als könntest du da... Als wäre das so... Wirklich so... So Rille, ne? Wow. 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 Ach, einseitig. Warte, ich muss gucken. Ja, Gott sei Dank. Ach. Wahnsinn, ne? Guckt euch das an. So. Mit Spitzen... Hand. Warte, schön. Warte, wahnsinnig schön. Boah, guckt euch das mal an. Guckt... Boah, was ist denn jetzt? Ach, du liebe Güte, schon mal der Akku. Oh, Moment. So. Ich bin nochmal da. Gott sei Dank, hatte ich noch schnell genug gesehen. Gott sei Dank, hatte ich gerade gestanden und gesehen, dass das Bild dunkel wird. Und ich hab' ich hier das ganze Video umsonst gemacht, ne? Echt. Seht, seht ihr? Das ist mal schon beim... Simone passiert. Ne? Wie ich dem so eine Sache gefilmt habe. Papier, Papier, Papier. Da gucken wir mal schnell, ne? Was auf Papier... Guckt euch mal. Oleg. Portpourri-Paper, ich muss mich stellen. Ja, jetzt stell dich schon, Rob, alles runter. Moment, Murat, ich muss das da... Tut mal leid, das wackelt jetzt halt, ne? Ich kann's jetzt grad nicht ändern. Ich muss hier bauliche Maßnahmen ergreifen, weil ich so ein Schier gleich schon nochmal nur Scheiße habe. So. So. Oh Gott im Himmel. So, jagt eine Katastrophe die nächste. Seht ihr das? So. So. Portpourri-Paper. Oh, guckt mal. Oh, sieht man noch nicht mal richtig. Oh, oh. Jetzt fängt der Fokus auch noch an zu spinnen, ey. Das war dafür nicht ein Wursinn. Äh, jetzt mal ernsthaft, ne? Wo hast du die ganze tolle Papiere, du, her? Also, das bin ich mal hundertprozentig sicher. So was hab ich noch nicht. So was, das Grabberries auch nicht. Also, das ganze Papier, das du mir jetzt geschenkt hast, ne? Hab ich noch nicht. Hab ich noch nicht. Und das soll ja was heißen, ne? Bei meinen drei Millionen Blöcken und Papier und was weiß ich. Oh, wie toll. Wie toll. Oh, ja. Ja. Die Margarita, kenne ich irgendwoher. Ich weiß aber nicht mehr genau wo. Auf jeden Fall. Geil. Geil. Die sind Action, oder? Cardboard-Paper. Sind die Action oder nicht? Ist mir scheißegal, woher sie sind. Das ist auf jeden Fall toll. So. Guckt mal. Folie. ähm, Glitzerfolie. Oh. Guckt. Seht ihr? Oh ja, da sieht man mal ausnahmsweise. Guckt mal da. Guckt euch das mal an. Wow. Wow. Ich kenne bekloppt. Ja, wenn ich es nicht schon wäre. Aber guckt mal. Guckt mal. Jetzt ist mal ernsthaft. Guckt mal was tolles Papier. Hat ich das schon? Ne, das kann ich nicht. Das macht scheißegal, ob ich es kann oder nicht. Das ist auf jeden Fall sauschön. Und ich freue mich so abartig dort drüber. Ist der Hammer. Guckt mal. Guckt mal. Oh, gucke mal. Wow. 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 Mit Glitzer. Mit Glitzer. Die Mutti, die schwätzt noch mal. Versucht man noch mal. Englisch so schwätzt. Kann ja nicht mal richtig Deutsch. Was gibt es denn? Das. Oh. Seht ihr das? Guckt mal. Folie drauf. Das ist doch nicht Action, oder? Das hat ja nicht so schöne Papiere. Wow. 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 Guckt euch das mal an. Wow. Mein Gott. Meine Güte. Guckt euch das mal an. Guckt mal, wie romantisch das Papier da ist. Äh, ha, äh. Oh. Guckt. Wunder, wunder, wunderschönes Papier. Guckt euch das mal an. Boah, Melli. Ernsthaft, ne? Oh Gott. Wow. Ich muss aufpassen. Moment. Ich sehe schon. Vielleicht kommt die Lawine. Ja, guckt mal. Oh. Oh. Oh, schön. Ich schüttle mal ein bisschen, dass ihr seht, ne? Dass ihr... Oh, mit... Heller Wahnsinn, ne? Heller Wahnsinn. Oh. Nee. Ja, da ist der Oberhammer. Ich bin geschockt. Das ist der Hammer. Oh. Wahnsinn. Ach, nun mal, ne? Glitzer. Glitzer, Folie, was weiß ich. Guckt. Ich muss das jetzt aus der Nähe betrachten. Scheinbar... Der Fokus... Ich sehe das nicht richtig. Oh, wow. Wow. Mensch. Moment. Ich muss mich überraschen. Ach, jesses. Kriege ich den Krampf? So. Guckt mal, die Sterne, die glitzern. Ich bin überwältigt. Ich bin so richtig... Guckt euch das mal an. Wie toll. Wow. Dankeschön. Danke. Danke, danke, ey. Ich muss mich noch mal kurz setzen. Warte mal. So. Oh, jetzt. Und es ist als noch nicht der Boden zu sehen. Es ist noch nicht der Boden zu sehen, ne? Hab ich doppelt. Oh, guck mal, das Washi-Tape ist ja mal der Hammer. Guck mal. Kleine Fähnchen. Oh, sind das Unterbuchse. Ne, jetzt Fähnchen. Was ich mir noch mal alles zu denken, hä? Oh, na, Buchse. Und noch mal doppelseitiges Packpapier. Ich muss mich noch mal stellen. Oh, Notis-Notes. Oh, ich hab mal aus dem Bild geheilt, ne? Guck mal. Wie süß, meine Liste. Oh, jo. Die brauche ich jetzt, ne? Die kann ich kurz gebrauchen, ne? Weil ich ja jetzt, ne, sag ich jetzt mal, wild im Treiband bin, ne? Jetzt muss ich mir ja alles aufschreiben, weil ich ja immer nur alles vergesse, ne? Ich bin ja so in dem Neuen gefangen, dass ich sogar vergesse Milch von der Kaffee zu kaffe. Lauter so Dinger, ey. Und das krieg ich noch den Kopf abgerissen, ey. Karten. Guckt euch die Karten doch mal an. Wie romantisch, so herbstlich die aussehen. Oh, mein Gott, wie toll. With love. With love. Ja, wenn ich will, kann ich ja auch manchmal, ne? Guckt euch mal an. Wow. 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 Wie schön. Guckt mal, wie die Umschlecht so toll sind. Wow. Wie toll. Dankeschön. Ich kann helfen, glaube ich. Warte, die mache ich aber nicht mehr drin. Weil sonst verteile die sich hier im ganzen Lade. Oh, Melli, äh, du bist verrückt. Ehrlich, verrückt? Ach, du liebe Güte. Die sechs Jahre, ne? Die mache ich zum Schluss, ne? Du weißt, was ich meine. Ach, du liebe Güte. Da muss ich dich dazu abräumen. Advent, Advent. Ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann fünf, dann sechs. Und schon haben wir Weihnachten verpasst, oder wie ist das? Guckt, da ist das nochmal der Tolle. Das ist ja auch so toll. Ich reiße jetzt einfach kaputt. Ah, cool. So cool. Das kann ich jetzt natürlich super gut gebrauchen. Ne? Weil ich ja die, ähm, wie heißt die Kuppeldinger da? Ja, auch verschandle, ne? Da kann man ganz toll zur Kerzerin-Stelle, ne? Da passiert ja nichts, ne? Da ist ja einmal ein Fry. Oh, dankeschön. Cool. Kann man es super gut gebrauchen. Ja, natürlich nicht vor Advent. Ne? Das kann man für meine Verschandlungsaktionen gut gebrauchen. Muss ich mich nochmal kurz setze? Moment. So. Ich sitze hier wie auf wie Affen mit Fleischleifstein. Jetzt zerre ich das da unten drunter raus. Und ihr werdet das nicht vermilchlich schalten. Guckt bitte auf das Maß. Guckt auf das Maß. Ähm. Ich schalte das da im Kopf nicht aus. Moment. Uh. Jetzt wäre ich schon aber bei einer umgefallen. Weil ich hier eingekeilt bin. ich weiß ganz wie ich das alles soll dass ihr das seht. Wart mal. Ich hol das jetzt mal. Melli das hast doch mit Absicht gemacht. Da denk ich ach jetzt guck mal wie es da da fertig bringt. Oh Gott. Moment. Du stellst mich hier vor eine Herausforderung. Oh. Das ist Papier. Das ist Papier. Das ist der Oberhammer schon mal. Oh. Sorry. Warum soll es euch besser gehen wie mir? Ich stehe auch hier wie so Aff auf dem Fleisch Leifstein. Wow. Und das Papier ist tatsächlich das soll wahrscheinlich für solche Boxen sind. So. Das ist hier eine Truff gezeichnet. Und es ist tatsächlich so groß. Ich kann nicht dahin leeren. Wie krass ist das dann? Wow. Dankeschön. Muss ich mir die Seite legen. Pass mal vielleicht rumstet nochmal. Echt. So. Jetzt geht's weiter hier. Lauter so überraschend tolle Sachen. So. Das ist selbst gemacht. Das lege ich hier auf den Stuhl. das ist Dose zum Besprühen, Dekonorieren, wie auch immer. Inhalt Mischmasch. Soll ich sie jetzt schon aufmachen? Soll ich sie jetzt aufmachen oder soll ich sie noch zulösen? Komm, die Mama zum Schluss. So. Hammer zu verschönern. Weil Mischmasch ist klein. In der Dose. muss ich auf den Tisch machen. Weißt du so? So. Guckt mal. Oh, guckt mal. Wow. Guckt euch das mal an. Wie schön. Und so stabil. Guckt mal. Oh, Dankeschön. Ey, heller Wahnsinn. Heller Wahnsinn. Ich muss den Tisch ein bisschen frei machen. Tut mir jetzt echt leid. Ich hole jetzt mal die Sache raus, wo ich noch drin habe. Und mache die anderen drin. Kleiner Moment. Moment. So. Jetzt hoffe ich, dass die Kamera sich jetzt nicht gedreht hat. Weil das Bild steht jetzt anders rum. Irgendwie ganz seltsam. Ja, dann muss ich halt so weitermachen. Ich kann es jetzt auch nicht ausmachen, sonst kann ich nur von vorne anfangen. So. Hast du schon? Aber eine als Ersatz kann nicht schaden, oder? Nö, Nö. Was kann natürlich nie mal schade? So cool. Dankeschön. Danke. guckt jetzt wird es könnte dann abgucken wo das herr ist ob ich bin so oft gefragt worden wo die scherter herr ist wow danke dankeschön du bist der oberkracher oh mein gott oh meine güte ich weiß gar und mein gott papierisch wow oh gott meli ohne witz jetzt da ist nicht dein ernst ich bin schockiert ich bin schockiert ich bin ich bin so oh mein gott so ich will dann mal rüber so moment ich muss mir jetzt hier ein bisschen platz machen doch noch mal ich muss ich sage jetzt hier hin und ich vergesse ich jetzt nichts so weil ich hab so moment die dose die wie gesagt die mache ich gleich nur jetzt hatte ich halt ein bisschen platz gebraucht ich muss mich immer jetzt im moment so mein gott guckt mal was für eine menge guckt euch mal an wie wie viel sache da drin sind ich halte so im kopf nicht aus ehrlich ich bin so so geflasht ohne witz so unfassbar 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 die sind ja mal süß die kann ich schon warte mal raus noch mal stelle mein gott hoch runter hoch runter man muss ja nicht muschelkarren werden ja die ja nicht von von simonchen so oder so ähnliche guck mal wie toll oder wie toll guck mal kleine landkarte fokus da würde ich mich verarschen ohne witz soll ich nicht meine fette fingerzeile sondern das zeile was ich in der hand hang toll wahnsinn danke weißt du die andere habe ich mich nicht getraut zu verbasteln oh falsch rum habe ich mich nicht getraut zu verbasteln weil sie so schön sind wow guck mal wow guck mal oh habe ich nicht gestern noch im live da hast du doch irgendwas mit dir hast du doch gesagt mit mehrjungfrauen ne also ich habe ja gesagt moment gefällt mir so mehrjungfrau das thema so gut wie krass ist das dann guckt mal wie toll wow also ja halloween ist ja auch noch so mehr steckepart also jetzt wenn es jetzt noch mal halloween wird werde ich mich sehr gut entdecken damit ich das thema auch richtig umsetzen kann also guckt euch das mal an guckt mal wie toll oh meli du hast dir das ganze bastelzeug mir geschenkt guckt mal ich muss das echt jetzt so guck mal u-boot wow oh wie schön guckt euch das doch mal an guckt euch das mal an das ist doch der oberhammer oder guck mal wie schön also ich bin geschockt oh jetzt kann ich ja noch anruf ich glaube am besten mal ich den flugmodus drin moment mal das ist eine komische sache ich verstehe jetzt gerade nicht warum warum das jetzt so ist moment ich mach das jetzt mal aus und mache dann nochmal neu und mache dann nochmal neu